Appetitlich, ansprechend, schön glänzend, frisch und lecker. So müssen Backwaren aussehen. Bisher waren für dieses leckere Ergebnis zwei Arbeitsschritte notwendig. Nach dem Abbacken der fertigen Gebäckstücke wird normalerweise erst die Aprikatur vorbereitet und vorsichtig erwärmt. Und auf das noch warme oder kalte Gebäckstück aufgetragen. Während die Aprikatur abtrocknet, wird der zweite Arbeitsschritt begonnen. Das Vorbereiten des Fondants, der ebenfalls aufgerührt und erwärmt werden muss. Bevor er auf die vorbereiteten Gebäckstücke aufgetragen werden kann. Beide Arbeitsschritte erfordern viel Zeit und Materialaufwand sowie Genauigkeit. Aus diesem Grund möchte ich Ihnen heute eine Innovation beim Glasieren vorstellen. Centis Duo Fix. Aprikatur und Fondant in einem. Aprikatur und Glanzfondant werden ab jetzt in nur einem Arbeitsschritt aufgetragen. So wird mit der neuen Fixglasur Ihr Zeitaufwand fürs Glasieren erheblich verringert. Und so einfach geht's. Centis Duo Fix wird auf einmal in einen Behälter gegeben und auf 75 Grad erwärmt und kann dann gleich auf das kalte oder warme Gebäckstück aufgetragen werden. Dies dann sowohl traditionell mit dem Pinsel oder mit einer Sprühpistole. Natürlich ist Duo Fix auch ideal für die industrielle Verarbeitung geeignet. Maschinell gesprüht oder als flüssiger Überzug für leckere Berliner. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Einfach glänzend. Und schnelles Abtrocknen ermöglicht auch ein schnelles Verpacken. Mh, einfach köstlich. Duo Fix von Centis. Die Innovation in der Backindustrie. Kürzere Vorbereitungszeiten während des Backens. Deutliche Materialersparnis, da nur noch ein Arbeitsgang. Für warme und kalte Gebäckstücke verwendbar. Bis zu 50% Zeitersparnis. Schnelles Abtrocknen innerhalb von 10 bis 15 Minuten. Ein glänzendes Ergebnis. In Geschmack und Qualität. Duofix. Die innovative Fixglasur für alle Backwaren. Natürlich von Centis. Ihrem zuverlässigen Partner für die Backindustrie.